Beto Suisse ist einer der weltweit grössten Fahrradkomponenten-Hersteller. Wir sind hier am Hauptsitz in Biel und haben in jedem Kontinent Niederlassungen sieben Stück. Das bestehende System war eine gewisse Wachtungsbremse. Wir haben gesehen, dass S4 neue Möglichkeiten bietet, neue Funktionalitäten. Parallel dazu hatten wir natürlich nicht ein integriertes Fertigungs-Steuerungssystem. Und das hat ein grosses Potenzial dargestellt. Mit Smart Factor in Polen hatten wir die grosse Chance, dass wir neue Fabrikationshallen gebaut haben. Auf grüner Weise konnten wir alle Produktionsabläufe neu konzipieren. Wir sammeln viel mehr Daten und haben viel mehr Echtzeit-Rückmeldungen und Rückkoppelungen aus der Fertigung. Wir sehen damit sofort, wo wir ein Problem haben, wo wir Engpässe haben. Sie wissen im Büro schon an, hey, das ist jetzt gerade am Laufen. Und wir haben durch die Möglichkeit der Einführung von Smart Factory den Platzbedarf des Lagers stark reduzieren. Im Austausch mit unserem Standort, vor allem in Polen, ist es viel einfacher darauf zu schauen, wo stehen sie, wie sieht es aktuell aus. Was extrem wichtig war über das ganze Projekt ist einfach, dass wir uns regelmässig mit den Leuten vor Ort austauschen konnten. Dass wir ihnen mitgeben konnten, was wir umsetzen, wie wir es umsetzen. Und dass wir es aber auch sehr stark auf sie zugeschnitten haben. Es ist sehr, sehr wesentlich, dass alle betroffenen Leute involviert sind, informiert sind, aber auch abgeholt sind, können Einfluss nehmen auf die Prozesse. Und am Schluss ist es so, dass die Leute an der Maschine das erleben müssen. Die Zusammenarbeit mit der Swisscom war sehr gut. Insbesondere die unterstützende Fragestellungen im Bereich von SAP, ERP oder auch in den Gesamtprozessen hat uns sehr, sehr geholfen. Und das andere, die die Swisscom sehr gut unterstützt hat, ist halt der Branchenvergleich mit anderen Kunden, die man vergleichen konnte. Tools, die man nicht mehr hergeben würde, das ist definitiv die Logistiklösung, die wir hier machen können. Also wie der da mitarbeiter, der war von Tag einst dabei und der ist noch eine halbe Stunde, wahrscheinlich der glücklichste mitarbeiter vor Ort. Jetzt ist der Plan weiterzugehen, dafür haben wir schon detaillierte Analyse gemacht, in allen Fettigungsbereichen, weltweit. Interessant ist auch, dass wir schon angefragt werden und sagen, wir brauchen unbedingt Smart Factor in unserem Bereich. Also wir müssen uns fast ein wenig wehren und priorisieren und werden wahrscheinlich an zwei Standorten gemeinsam Einführungsprojekte durchführen.